... mit der 75 aus Österreich Alexander Breitler, mit der 307 aus Ungarn Xango Fulley, mit der 75 aus Preißenberg Moritz Wittor, mit der 11 aus Königsboden Kai Hecker, mit der 0,20 aus Erlangen Tom Görner, mit der 21 aus Weilheim Janik Weberbalz, aus Österreich mit 147 Christoph Ding, 312 Bullen Klimm. Wir starten, wenn nichts dagegen spielt. So, da sind sie unterwegs ins Ziel und wir schauen hier ganz gespannt auf das Ergebnis. Die Elf ist ganz vorne auf Position Nummer 1, das ist Kai Hecker vom MRC Königsboden, aber das wird ganz schön eng auf Position Nummer 1. Jetzt bin ich hier gespannt, wer kommt als erstes hinter dem Tägel hinaus. Es ist hier die 175. Erlangen von MRC Königsboden auf Position Nummer 2, es geht in die nächste Gerade und wir schauen auch hier ganz gespannt auf die Topposition. Schafft es die Elf vorbei, wie schaut es aus? Kai Hecker vom MRC Königsboden, wo sind die 50? Das wird ein knappes Rennen, es geht um Richtung Ziel und da muss er hier. Schaut mal, er muss vorbei, er muss vorbei und es wird trotzdem überehrter. Auf dem Weg ins Ziel hier im Rennen der Schüler männlich. Was für ein Kopf-on-Kopf-Rennen hier in der letzten Geh... Vielen Dank.